Ja, hier gibt es mehr als nur einen Obstkorb. Patrick, was gibt es denn hier bei euch? Ja, wir wollen nachhaltig für mehr Gesundheit und weniger Stress am Arbeitsplatz sorgen. Das heißt, wir qualifizieren unter anderem einen Gesundheitsbeauftragten. Das heißt, aus den Teams heraus eine Person, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Was ist denn das Besondere oder was macht den Unterschied, eben intern einen Gesundheitsberater zu haben, als wenn jetzt extern jemand kommt? Also gerade, wenn es extern ist, haben die Externen meistens gar keine wirkliche Ahnung von den Arbeitsabläufen direkt im Betrieb, von den Belastungen, von den Beanspruchungen im Betrieb. Das heißt, wir versuchen tatsächlich direkt jemanden aus dem Team heraus zu qualifizieren, der dann eben genau das Arbeitsfeld kennt, der die Beanspruchung kennt und der dann direkt auch mit der Qualifizierung was dagegen tun kann. Wie lange dauert denn so eine Ausbildung zum Gesundheitsberater? Es gibt zwei Teile. Einmal den Präsenzteil, der einmal monatlich bei uns digital stattfindet oder eben auch direkt im Unternehmen. Und dann gibt es noch ungefähr einen Tag E-Learning. Das heißt, es kann jederzeit auch damit gestartet werden. Jetzt ist ja so kurz vor der Mittagspause bei uns hier auch auf der Messe. Hast du da einen Tipp, wie man eine gesunde Mittagspause vielleicht auch verbringen kann? Ja, wir veranstalten seit kurzer Zeit auch den gesunde Mittagspause-Talk. Das heißt, wir gehen alle zwei Wochen einmal live auf LinkedIn und sprechen da über Themen der Gesundheit. Beispielsweise jetzt zunächst am 8.11. wieder zum Thema Haustiere am Arbeitsplatz. Was bringen Haustiere am Arbeitsplatz? Wie können vielleicht auch Haustiere gesundheitsförderlich wirken? Also mein Tipp, vielleicht einfach mal in der Pause mit dem Hund, mit der Katze einfach mal vor die Tür gehen, die Zeit auch an der frischen Luft genießen und sich einfach mal aktiv auch bewegen. Wie finde ich denn da diesen LinkedIn-Beitrag? Also der läuft direkt über mein persönliches Profil, also bei Patrick Hüther, direkt einfach auf meiner Seite. Da findet sich einmal auch ein aktueller Beitrag, gerade heute gepostet und aber eben auch das Event, wo man sich einfach kostenfrei anmelden kann. Ja, dann vielen Dank dir Patrick. Und falls Sie Interesse haben, dann kommen Sie am Stand von Expedition Gesundes Unternehmen vorbei. Und ich schnappe mir jetzt noch einen Apfel und dir noch viel Spaß. Tschüss! Tschüss!